TNT zu entzünden. Ich habe irgendwo einen Flinten-Stil. Ich weiß nicht, wo oben wahrscheinlich. Wahrscheinlich oben. Flinten-Stil, da. Und ich kann auch den weg tun. Ja, hier. Bitteschön. Okay. Die Büsche können auch weg. Okay. Jetzt kann es losgehen. Ich bin auch Feuerschutz, vielleicht irgendwo auf meinen Klimotten drauf. Die sind nicht einfach zaubert. Deswegen kann ich da auch Feuerschutz draufkriegen. Oder Explosionsschutz, in dieses Rad. Mal gucken. Also, wir müssen mal. Schusssicher. Gut, nehme ich. Und Schutz. Nimm dich mal. Toll, das ist auch nur Schutz gewesen. Ah, danke schön für nichts. Oder sowas. Naja. Schutz ist Schutz. Kann dir besser werden dadurch. So. Ich habe erst mal mein Gold mitgenommen, wenn ich den Typen business anbieten kann. Weil. Ja. Muss aber einen Handel bei treiben, ne? Hi, Badis. Soll ich mir auch was geben? Hier, mein Gold. Hier. Willst du was haben? Hier noch einen. Achso. Warte. Hier. Willst du was? Danke für schwarz. Nichts. Hier noch einen. Ach, warte. Willst du mir gegeben? Hat er hier zwei Gold in der Hand, der Kleine? Das ist ein Penner. Oh Gott, aufzählen die ganze Zeit. Das muss mit dir. Oh, warte. Ich will's. Nein. Geh weg. Wie will ich das geben davon? So. Danke. Hier. Hier, da. Da ist auch was. Der Kleine. Der Kleine rennt durch die Gegend hier. Mit meinem Gold. Was soll denn das? Hier würde ich noch ein. Wo war das denn dran gewesen, glaube ich? Einen Goldbarren habe ich hier bekommen. Cool. Nehm ich. Hast du das einmal ein? Ja, klar. Hier. Nee, den Kleinen soll ich nicht kriegen durch. Ja, die große. Ja, ist okay, ne? Oh. Oh yeah, Spektralfall. Die finde ich toll. Die nehme ich doch ohne und schweifen direkt an. Dankeschön, wie die tollen Spektralfall. Die nehme ich. Bin immer hier mal ein Fan. Da muss ich nach. Falsche Richtung. Hier noch dabei. Das war ein mutiger Sprung rüber. Muss ich mir selbst sagen. Mutig und dumm, aber auch mutig. Ach, guck mal da. Biss ja. Okay. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert, was ich habe. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Nehmen wir uns hier runter. Ich muss hier runter und zu sterben vielleicht. Und ich nehme mich natürlich mit, weil XP und so. Er bringt nämlich eine Menge XP. Und XP brauche ich gerade wieder. Ich habe mein ganz XP verloren. Ich bin nichts. Für nichts. Wieder nichts. Wo ist der Eingang gewesen? Da ist der Eingang. Okay. So, erstmal hole ich mir gleich das eine, was ich habe schon. Weil, ich will es gerade machen. Wahrscheinlich so viel mehr, um was da auszumachen, weil ich habe nicht so viele. Höhe bin ich. Ich muss auf 4,5, 14 sein. Ich bin auf. 15. Okay, ich muss sagen, ich muss ja in Tiefe eigentlich. Okay. Ich bin richtig gelaufen. Ach, dann ist das erst okay. Dann wäre es erst einmal das Ding. So, da haben wir es. Okay. Und jetzt gehe ich in die Richtung aber runter. Auf das Level nämlich. Jo. Und hoffe, dass ich nicht in Lava laufe. Erstmal gehe ich hier hin. So, und jetzt. Ich wusste es. Jetzt schließe ich. Upsi. Okay. Dann gehen wir da rum. Oder auch nicht. Weil anscheinend ein ganzes Becken aus Lava gelöst. Ja, das ist jetzt doof hier. Okay. Dann gehen wir also nicht hier lang, sondern gehen da lang. Meinetwegen. Mach ich hier kurz zu. Mit allem, was ich habe. Mach da weiter. So. Der Plan an sich jetzt. Ist das doch ernstes gerade? Keys. Jetzt habe ich hier Keys. Warum ist die Keys? Ich bin hier gelandet. Wenn ich jetzt blödes Keys dabei habe. Danke. Ich habe Gold. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber es ist XP. Und XP ist gut für mich. Das hier. Und mach gerne zu. Und. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Dann noch 5 Pferder. Wir gehen weiter. So. Dann fange ich hier mal an. Mit dem erst, was ich vorab. Und zum nächsten Mal. Und zum nächsten Mal. Und zum nächsten Mal. Okay. Hier sehe ich gerade nichts. Aber ich sehe ein bisschen von dem. Ein bisschen Gold. So. Und das mache ich die ganze Zeit weiter. Bis ich genug finde, was ich brauche. wieder auf meine Höhe gehen. Warte. Nee, da. Wieder kommen, wo der Eingang ist. Geht erst der Weg. Das heißt, mache ich hier den Weg drüber. Weiß dann direkt. Okay. Da geht es weiter. Das kostet mir eine Menge von dem. Okay. Gehen wir hier hin. Und. Zünden den an. Und rennen rückwärts. Und uff. Hi. Dreck oben. Lava. Was natürlich super tolles für uns. Okay. Lava ist weg. Lava verschwindet langsam. Was sehe ich? Nichts Gutes hier. Nö. Nope. Nichts Gutes hier. Nur eine Menge Kies erneut. Also viel. Juppidu. Mehr Kies. Eine Menge Kies sogar. Bin ich auf 15? Auf 14? Ja, bin ich. Okay. Falls ihr fragt, warum auf 14? Weil das anscheinend nach meinem Recherchen die beste Ebene ist, das zu machen. Sonst gehe ich hier hin. Mach das hier. Und. Lauf zurück. Lauf dann zurück. Nope. Nichts Gutes dabei. Schade. Ah, bist du auch okay. Ich meine, nichts Gutes ist übertrieben. XP ist immer gut. Aber nicht, was ich suche. Das heißt, ich muss bald anfangen, Creeper zu töten. Und das heißt, ich muss nicht nachts rausschleichen, raustrauen und die Creeper jagen. Was. Nicht schön ist. Oder ich muss Kopfschlade irgendwo, wenn ich zu kaufe. Äh, ein bisschen schwarze Puppe zu kaufen bin. Oder Dynamit suchen. Was, glaube ich, von allen Sachen, was ich vorhabe, das schwerste sein würde. Oder ja. Okay. Ja. Nächste. Äh. Einde mit. Anzirken und weglaufen. Anzirken. Anzirken. Vielen Dank.